Das Rockkonzert der Wissenschaft geht wieder auf Tour, diesmal zum Thema Fortschritt Leben. Heute geht's los in Stuttgart, aber bald sind wir auch schon in deiner Stadt. Man kann sagen, wenn ich im Labor arbeite, ist die Kacke am Dampfen. Schnecken sind sehr langsam, aber nicht im Zeitraffer. Das sind die Schnecken während des Tages, die flitzen von Ecke zu Ecke, suchen nach Futter, ist aber kein Star. Sehr fortschrittlich. Wissenschaft funktioniert immer und ganz besonders gut für tausend Leute. Das ist ein Stuttgart, das ist ein Stuttgart, das ist der Stuttgart.